Am Anfang dachte ich mir wirklich, Zertifizierung, das ist ja wirklich immens, was da für ein Aufwand betrieben wird. Was da wirklich für ein Konstrukt drum herum gedreht wird hinter einem einfachen Faden. Was mich an der Zertifizierung gereizt hat, war, dass man einen Einblick in alle Teilbereiche des Unternehmens bekommt. Was steckt wirklich hinter den Labels, was steckt wirklich hinter der Zertifizierung? Für uns hat GOATS einen sehr hohen Stellenwert, dass es wirklich die komplette Lieferkette von A bis Z begutachtet ist. Es hat sehr hohe soziale Ansprüche, dann geht es weiter zu uns in die Färberei. Dort hat es sehr strenge Anforderungen an unsere Chemie, an die Farbstoffe, was wirklich verwendet werden darf. Was natürlich auch dazu führt, dass das Endprodukt ein gewisses Niveau hat. Das Endprodukt ein gewisses Niveau hat.